So Leute, willkommen zurück bei Prince of Persia. Ich erkläre ihn jetzt mal runter. Können wir mal rüber, rüber. So, das war jetzt relativ eindeutig, der Weg. So, dann gehen wir hier rüber. Ein Wettmarot. So, weiter geht's. Ähm, so. Weiter, so. Ich hab doch springen gedrückt. Oh Mensch. Hä, wie hoch springt ihr denn da immer ich ab? Wo ist es denn von links auf rechts? Ich kann doch reden, sonst würde es doch nicht gehen. Hä? Ich bin da gar nicht weiter. Oh Mann. Ahhhh... Alter, komm! Ja? 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 So, hier drauf, so. Ich bin hier oben! Na, Farah ist auch da. Dort unten ist ein großer Balkon. Kommt, ich zeige ihn euch. Na, ich hab' dir gesagt, als getan. Ich will da an ihn kommen. Ach so, okay. So, hier rum erstmal. Und dann... So, hier kommen wir runter. Hier bin ich! Amazon! Bleib dort! Ich komme zurück unten! Ja, dann muss ich bei der Säule hoch hier und dann... ...das rüben an das Holz... ...an die Holzreste. Nein! Der Knopf! Hm? Soll ich denn jetzt da runterkommen? Ich weiß, wo ich bin. Dieses Tor für zu den Bädern. Findet ihr den Weg dorthin? Klar! Ah, der Weg von hier... Ah, der Weg von hier... Ich bin grad so was von 99... ...tausend Prozent... ...tausend Prozent ratlos. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Ähm... Ich frage einfach das erste Sandmonster, das ich treffe. Könnt ihr mir den Weg zu den Bädern weisen? Vielen Dank! Pst! Nicht weitersagen, zu meinen Lebzeiten war ich Bademeister. Ich treffe euch in den Bädern. Sie gibt mir Befehle wie einem Diener. Ah, hier runter. Ich bin selbst schuld. Frauen muss man von Anfang an zeigen, wer das Heft in der Hand hält... ...oder sie wickeln dich um den Finger. Ich war zu nachsichtig. Vielleicht, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Das hat jetzt ein Ende. Jetzt kommt sie an die kurze Leine. Vorausgesetzt, ich finde sie. Hehehe. Ah, die Sprüche von hier sind immer gut. Ah, das war nicht schlecht. Ah, das war nicht schlecht. So. Ich hab auch genau in den Speicherpunkt gesprungen. Das heißt, wieder Folgenende. Oh. Ja, war jetzt nicht so mega lang die Folge, glaube ich. Ich hab jetzt, glaube ich, die Ohren geguckt. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, bis zur nächsten Folge. Euer Kevin. Tschüss! Mann-